ARD Text im Auftrag von Funk 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 Man baust von denen ab. Kabel aufpassen. Das darf ich nicht vergessen, dass man von denen abbaunzt. Ich hab nicht... Ja! Nein, 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 nein. Auf keinen Fall davon leiten lassen, dass Rot richtig ist. Einfach nur Blau. Ich geh weiter. Nee, ich hab die Star. Oh, und das bricht alles weg. Überhaupt nicht. Bitte, bitte Item. Was? Hey, wie soll ich denn da hochkommen? Ach so. Einfach. Oh, die Konzer. Nein, ich hab die letzte nicht bekommen. Was? Zum Teufel! Ha! Ha! Was? Nein, das ist... Ich dachte gerade, ich wäre da runtergefallen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leben! Leben! Ja! Ja! Das ist ein ziemlich großes Schloss. Sieht aus, als wäre es der Endboss. Cool ist. Aber für den Endboss bereiten wir uns vor. Nein, ich hab dieses Spiel echt noch nicht so weit bisher hergespielt. Keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Weil ich hatte nie die 90 Star Coins. Ja, die ist aus diesem Stream, den wir hatten. Das ist die Boss-Brille. Genau, die ist grün, deshalb seht ihr den Endboss. Okay, ich hatte nämlich nie die 90 Star Coins, dieses Level zu spielen. Okay, Bowser. Wie geht es wieder zurück in Welt 1? Das kann sein, dass es dann heute eine längere Folge wird. Und das heißt, die Folge wird nicht geschnitten. Ihr kriegt einfach nur mit der Folge. Dann holen wir uns noch ganz kurz hier zwei Tanookis und gehen dann zum Boss. Ich hoffe nicht, dass ich den weißen Tanooki brauche, weil... Naja, ich hab die Vermutung, dass das bei euch nicht so gut ankommt, wenn ich den benutze. Ihr möchtet sehen, wie ich leide. Und... Genau das ist der Grund, weshalb ich versuchen werde, die nicht zu nehmen. Aber wenn es dann wirklich zu frustrierend werden sollte, dann würde ich auf ihn zurückgreifen. Wenn das für euch okay ist. Gut, keiner hat gerade was dagegen gesagt. Dann ist das völlig okay. Das heißt nach... Na, mal gucken. Nachher wird es so eine 3-Stunden-Folge. Und dann... Ja. Ne, ich laufe da jetzt nicht drüber. Ich mache da... Big. Ja, und nochmal. Dann läuft es ja nämlich erstens durch. Und ich habe noch kurz Zeit, zu euch zu reden. So viel dazu. Wir starten einfach direkt rein, ohne groß was zu sagen. Halt es mal an, Rekete. Das sind zwei Kamex. Beide weg. Ey, ey, ey. Wärten du. Gleich wieder von vorne. So einen lächerlichen Treffer lasse ich nicht gelten. Das ist... Das Ding hat ja sogar hier Brillenzeugs dazwischen. Cool. Wie machen wir das jetzt so? Ein bisschen dunkel in meiner Sicht. Aber das ist okay. Ich habe schon mal eins besiegt. Als wäre Kamex so ein Besen. In Paper Mario lieben wir ihn. Es hat geleckt. Hör auf. Warum kommt da so ein Lava-Monster? W-w-was bist du denn, Drache? Die Welt jetzt! Daugnis ist recht. Ja. Allein, weil ich schon die Münzen gesehen habe, dachte ich mir, okay, okay. Guck's, guck's. Guck's dir genauer an. Und dann am besten, ich ihn nicht treffen lassen. Oh mein Gott, ist das schwer. Guck's, 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 guck's. Ich hab, ich hab Banschbord, der Dreck! Wenn ich, wenn ich B-drücke, dann sollst du. So, so viel ist jetzt was. Genau. Dann sollst du springen. Und so, ich stampfe. Boah. Okay, ich hab's. Ich hab's. Renn einfach. Mario rennen. Das. Können wir hier hinschauen? Da ist nicht Peach. Ich muss die allen ernstes bekehren. Ey. Was ein Schummler. Der ist tot. Bitte trifft mich nicht. Nee. Nee. Nicht noch durch die Spiegel. Nee. Nee. Nicht mit mich. Bist du der Echte? Was könnte? Ja, der hat wirklich kein Tanuki. Jetzt ist der Echte. Gott, das ist der Echte. Ich will Tanuki. Ich wollte getroffen, ist mir egal. Ich brauche einen guten Pool Stop, 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 stop Mir egal, ob ich den jetzt gerade verschwende oder nicht Aber ich brauche den Oh mein Gott Bauier Ich bin tot Ja, ich bin tot Nein, 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 nein Nein, nein, nein Nein, 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 nein Nein Nein, 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 das ist nicht Nee, nee Nee Nein Das ist gerade nicht passiert, oder? Was? Zum Teufel Das heißt, dass wir das Level von vorne starten müssen, weil ich keine Ereignisse habe. Was? Das wäre doch ein einziger Sprung. Hallo Items? Es wäre noch ein einziger, ein letzter verbleibender Sprung gewesen. Ein letzter. Und was schaffen wir nicht? Den letzten Sprung. Wie wir scheitern am letzten Sprung. Wir hatten den Endbus besiegt. Er war, er war, er war. Geh weg. Der Grund war echt. Oh. Werd ich für sowas eigentlich bezahlt, oder so? Unendlich schwer gemacht. Also, das Level an sich geht. Mir gefällt das Level. Gut, es gibt schwere Passagen. Gut, wir hatten alles da. Hatten wir? Ich weiß es gar nicht. Gut, wir haben den Endbus besiegt. Toll, da sind Hotheads. Die Leute, die sich dieses Video anschauen, decken, auf was für ein Buchklauchter ist das. Leute, die mich nicht kennen und solche Videos sehen, ja? Denken sich auch noch so, ja, und warum hat er jetzt 50 Abonnenten? Auf jeden Fall nochmal mega, mega Dank dafür, ja. Das ist so, das ist so, das ist so ein bisschen. Wir hätten den Endbus nach elf Minuten oder so. Ah. Oh, nee. Gut, beide schmacken. Nein. Okay, dann kriegst du dich nicht. Aber Monster, ernst nix. Hotheads, ich hasse euch. Starcoin, ich hol dich. Geht weg. Geht weg. Und hoch. Sieht so knapp und so gefährlich aus. Wow. Versuchen kein... Also wenn ich... Also... Okay, einfach, einfach nur noch durch. Gar nicht anhalten, gar nicht gucken. Einfach... Straight durch. Wow. Checkpoint und wir haben noch Tanuki. Okay, erstmal, erstmal, weil ich mich umgezogen bin. Mega. Unwichtig. Nicht schlimm. Ich hab noch mehr. Wenn ich jetzt hier sterbe, dann flippe ich aus. Dann ist alles umsonst gewesen. Und dann das hier echt. Also das ist auch noch. Ich hab doch geworfen! Wie geht's denn? Ja, stimmt. Wie fehlt die... Wie fehlt die dritte? Wie fehlt wirklich die dritte? Ah ne, die ist da vorne. Hä? Komm mal dahin. Jetzt kommt das mal... Bowie? Hä? Alles gut. Kein... Kein... Ja, ja. Wir mögen auch... Ah, das ist ein bisschen. Ich stelle mich an diese blöde, dass der Dreckstakel kommt nicht. Was ist denn das? Komplettes Ohr. Ja, jetzt die Tullis noch versiegen. Nee. Was ist denn das? Hey, wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann finde ich es nicht würdig, diese Brille bzw. irgendeine Brille zu tragen. Geh doch weg! Spring da rüber. Ich werde getroffen. Ey, das ist doch nicht wahr! Aber so spiele ich gerne ein letztes Level. Schwer. Unnötig. Ich schmeiße den Controller gegenüber. Genauso. Will du jetzt doch mal sterben, dass du kriegst. Und du bist das denn drin. Kannst du dir Kesse eintragen. Der ist doch jetzt gut, Bowser. Wir haben es kapiert. Das wird schon zehnmal angeschrieben, weil ich zehnmal zu dumm bin. Egal. So, jetzt. Wie soll man an die Starkelen kommen? Wie soll ich denn an die Star... Hallo? Hä? Soll ich zurückfliegen? Ich habe alle drei. Gut. Und jetzt. Gar kein Stress. 200 Sekunden sind voll viel. Feuer. Nein, ich habe Sprung gedrückt. Ich habe Springen gedrückt. Ich habe Springen gedrückt. Das ist unfair. Ich hasse dieses Spiel. Nein! Ey, bitte! Bowser, geh weg! Komm, hopp, hopp. Warum Welt 1? Gut, wenn ich wieder voll bin, dann... Ich sehe aus... Wie ein Kerner-Arm-Rien-Mauser. Ich muss eine Brille aufsetzen. Ich sehe es als nix. Mann, was siehst du das? 17 Minuten schon. Das wird ungeschnitten im Bug geladen. Doch ich spiele so lange, bis ich es schaffe. Und wenn ich hier noch in zwei Stunden dran sitze. Ihr kriegt das Video ungeschnitten. Weil ich mir nicht die Mühe mache, für so ein Dreckspiel auch noch, mir Arbeit zu machen. Ich werde auch zuvor alle meine Videos professionell schneiden. Aber das hier hat es einfach nicht verdient, geschnitten zu werden. Der Part hier! Der ist viel zu einfach! Gut, das war ein richtig schlechter Start. Und wenn du jetzt stirbst, Mago, dann stirbst du! Ich kann zu dem Zeitpunkt vorher nicht fliegen. Das heißt, ich kann einfach diese eine Passage fliegen. Jetzt kommt erst mal Bowie. Okay. Ab, 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 ab. Erst mal Dingswechsel. So. Knopf bereit. Wenn ich drücke, dann item. Ja! Ja! Richtig aufbauen. Okay. Und dann schlampft. Okay. Ja! 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 Ganz entspannt! Oh, ich könnte den Kippschrollern in die Wande schmeißen. Ja, wo ist sie denn? Du 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 du... Oh. Häh? Geh an! Das ist mir fettig. Oh, nein! Es ist mir... Oh, Mama Mia! Blas! 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 Das... ...war die schlimmste Aufnahme... ...in meinem gesamten Leben. Blas! Blas! Was! Take care. Sein Friendly. Lass!